Servus, ich versuche jetzt heute mal Rühreier in der Kaffeemaschine. Jetzt mache ich jetzt mal zwei. Zuerst mal aufstagen, ein bisschen Kräutersalz eingepfeffert. So, Kräutersalz. Na, dann geht's schon Fett, Alter. Irgendwie geht es schon, würde ich mal sagen. Ich melde mich gleich noch einmal wieder. So Leute, und jetzt habe ich das jetzt ein bisschen so reingemacht. Sieht man das? Das sieht aus, was weiß ich, wie das aussieht. Aber das sieht aus. Besonder. 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 So. Besonder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Power-Mails-Up. Und immer schön decken die Power-Star mit euch. Peace. Ciao.